Master Cheng in Poyanjoki ist einer der schönsten Filme des jüngeren Kauris-Meki-Bruders Mika. Weil er direkt ohne Zynismus und mit viel Herz das Leben feiert. Einen Vater und seinen Sohn verschlägt es aus Shanghai nach Lapland auf der Suche nach einem ominösen Phongtron. Moin! Kommt rein und setzt euch! Aufnahme finden die beiden bei der Wirtin Sirka, in deren Bar sich die heimischen Raubeine die Kante geben. Sieht ziemlich schleimig aus. Könnte aber lecker sein. Niemals. Ein weißer heterosexueller Mann rührt sowas nicht an. Seit wann bist du heterosexuell? Also jetzt halt aber mal deine Klappe! Aber dann trifft die Naturschönheit Finnlands auf asiatische Kulinarik. Und die ziemlich verlotterten Misanthropen hier wandeln sich dank fernöstlicher Heilkunst zu Menschenfreunden. Die Begegnung der Kulturen geht hier also durch den Magen. Aber natürlich ist Verbrüderung in Finnland gar nicht möglich ohne Sauna. Reisen Sie mit, mit Master Cheng nach Poyanjoki. Jetzt auf Arte. Reisen Sie mit, mit Master Cheng nach Poyanjoki. Kulturen Poyanjoki Letz. Mit. Mit. Bis zum nächsten Mal.